wir gucken uns an euro zoom wir gucken und geben uns sein gammelfleisch digga er sagt was machst du er fragt den typen was machst du bereitest du uns wieder medizin bereit ist uns medizin vor gibt euch seine medizin abu sammeneng vergiftung aber bruder das ist seine medizin alter er sagt usta mein meister mein meister koch was machst du gerade bereit ist du unsere medizin wieder vor junge mit medizin stimmt aber die brauchst du nach dem essen und nicht jetzt hat er noch so ein arztkittel an digga junge ich habe alles gesehen bruder der spießt es einfach am ende bruder der spießt hat ein hp seine toast makine einer soll hochkommens gesicht spucken wenn das wenn das innerhalb eines monats zuletzt sauber gemacht worden ist digga was denkt ihr letzte letzte wann was denkt ihr wann wurde das zuletzt sauber gemacht sei hand auf der herz bruder ich will sein hack nicht nehmen bruder der man arbeitet der man schwitzt für sein brot so natürlich der schwitzt auch ins brot rein aber alles gut bruder gestern wurde sauber gemacht sagt jetzt 2017 neukauf ja ich denke auch das ding ist so dass geht das gerät ist auf jeden fall ein jahr ich glaube ich glaube ich glaube das gerät ist gerade zwei wochen alt erw Several sind die hier in den drei, die hier in den drei angeln und die hier in den letzten zwei teilen. Genau ich habe für einen Sound. Ich habe einen alimentarisch. Wir haben eine Zauber Steck für einen Alpen und wir können euch zu etwas schade. Wir besuchen hier mal Unaubinto. Wir haben eine Wegezehnte aus Kürpik für einen Tost. Das ist auch eine Alkost. Wir sind vorbei. Ich habeobacht. Lecker. Schön mit der blassen Hand. Wie nennt man das? Bloßer, blasser Hand? Mit der nackten Hand da reingreifen. Oh, ich freue mich auf deine Hand, Fingernägel, Haare. Geil, yeah. Massier mal, massier mal Salat, Bruder. Bloßer Hand. Die Preise sind auf jeden Fall krass. Acht Liga, neun Lira, zehn Lira, Bruder. Und wann ist das Video? 2021, das ist heftig, Bruder. 2021 ist heftig, Bruder. Da war der Kohl schon bei 20. Das ist ja ne 50 Cent. Aber Bruder, ich will, ich, ach komm. Tocuk Tostum, 9 lira. Ama sen ekmeğe, şu, şu, soma ekmeğe yapıyorsun. Yani yarım ekmekten biraz büyük. Toast ekmeğe. Toast ekmeğe ne yapıyorsun? Schön. Lecker. Hmm. Ja, geil. Ja, alles wird sehr frisch zubereitet. Ja, auch ein bisschen Wasser drauf. Warum auch immer tun wir Wasser drauf. Nein. Er sagt Zitronenwasser. Zitronenwasser. Ja, ne Erd. Zitronenwasser. Zitronenwasser, Bruder. Das muss noch ein bisschen, Bruder. Ich hab, wo ich in der Diät war, hab ich jeden Morgen Zitronenwasser getrunken. Ich hab eine Zitrone reingepresst. Weißt du, wie Zitronenwasser aussieht, Bruder? Das ist nicht durchsichtig, Bruder. Das sind so Stückchen oder das ist wenigstens ein bisschen gelblich. Bisschen so. Das ist auf jeden Fall nicht durchsichtig, Bruder. Hand aus Herz, Digga. Da ist doch kein Zitronenwasser. Das ist Wasser, Junge. Das ist sogar Leitungswasser. Weißt du, was ich meine? Es wäre sogar ihm zu schade, da ein originales Wasser reinzutun. Das ist Leitungswasser. Unglaublich. Und das ist das Fünf-Sterne. Das war die Kirche auf dem Sahnehäubchen. Diese bisschen Leitungswasser. Von Türkei auch noch. Oh, sehr hygienisch. Sehr hygienisch. Ich nehme alles zurück. Alba, unser Bruder hat sich seine Hände gewaschen. Stark. Das macht er bestimmt nach jedem Dingsfeste das wieder an. Bruder, seine Hände sind noch dreckiger geworden. Dönerin ist fertig. Ja, dönerin ist fertig. Ja, habt ihr noch, habt ihr gerade die Fliege gesehen? Guck mal. Guck mal, hier die Fliege. Hier drinnen. Hier drinnen, auf seinem Fleisch. Junge, warum störst du die Fliege? Warum störst du die Fliege? Lass sie doch da, Bruder. Och, und er sagt noch, guck mal, wie dünn er das geschnitten hat. Die Fliege. Der Typ hat echt keine Gatine ne? Sucuk nereden geliyor? Sucuk. Adana'n getirtt. Hakiki et sucuğu. Et, Dana sucuğu yani? Tabii tabii. Dana sucuğu. Ja, fertig sucuk. Er sagt, kommt aus Adana. Die ist das. Jungs, sucuk bitte, sucuk. Er sagt, aus sucuk hatte bonfile gemacht. Falan değil. Billion, Billion. Ebi, gıl. Valla, ganz Somali ergett wird. Meint ihr, er wird wieder gegen Deutschland, Belçika, Deine Marke und so schießen? Digga, ich warte noch auf den Moment. Alles klar. Ja, sag, warum machst du das jetzt? Ja, krass. Er hat nur drauf gewartet, dass irgendeiner ihn aufnimmt und er diese Harriker zeigen kann. Er macht vorher Messer warm. Junge, du bist Albert Einstein, Digga. Und jetzt kratz noch den letzten Dreck mit vom Dings. Schmier das schön auf dein Holzbrett und kratz doch mal die letzte Kacke mit, Digga. Die letzte Fliegenkacke, die da drauf ist. Kratz alles raus, Bruder. Den Schweiß, den du drauf hast. Kratz alles mit, Bruder. Ja, Bruder, schmier das drauf, Digga. Und jetzt, komm, ich will das, ich will das Geräusch hören. Yeah, Baby, geil. Ja, ich will das. Habt ihr Bock auf ein bisschen Sucuk mit ein bisschen Holzspänen noch? Kolay. Aber war ja, sei denn, wenn du die Sucuken jetzt ein bisschen değişik, evdeki Sucukler, oder? Wir sind markiert, oder? Ja, ich will normalen, die Sucuken, oder? Ja, ich will normalen, die Sucuken, oder? Die Sucuken, oder? Dolab, dann, wenn du wieder älst, 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 älst. Tost, ja. Ja, Türken sind so scho lustig, oder? Er macht diese ganze Filme für ein Toast, ein Toast, ein Sucuk Toast, älst, 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 älst. Wir sind so scho, älst, 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 älst. Elen kind ofarinn is. Ich kann nicht Cruz. E overwhelm her. E Referärer-Binewhen THEM Eing-Günen Eing-Günen Jen, den und gut Weig-Günen Also die ganze Schaufe für 50.000 Euro schreibt. Ein Mann schreibt. Er sagt, benutzt du kein Plastik? Er sagt, nee, Holz ist gesünder. Nein, nein, diese Holz kommt wirklich in deinen Körper. Er verkauft das Holz, bruder, wo kriegst du Holz noch heutzutage? Bude, es gibt doch TÜV-Türk, die haben das nochmal gemacht, diese Deutschen, TÜV-Türk. Wir kamen nach Deutschland und haben versucht, System zu machen. Bitte Ordnungsamt, bitte. Wenn da draußen ein Ordnungsamt ist, ein Beamter vom Ordnungsamt, was Gesundheitsamt ist, lasst uns das zusammen machen, ich biete euch das an. Ich mache euren Touristenführer. Bitte. Was ist das? Das ist ein sehr altes Geschäft. Es ist von 1994. Es ist von 1994. Es ist von 1994. Wenn wir die feingte, dann machen wir es einfach sollen. Es ist von 40. Ich werde diese Produzent an. Wir machen das solle. Nachmittags ein paar Teigte. Ich habe die. Ich habe die hier nicht zu tun. Wir machen das natürlich. Wir machen das solle. Es sind sehr schön. Wir machen das solle. Also ich sage euch ehrlich, Hand aufs Herz, ich werde auf jeden Fall zu Hause mir selber auch mal so Sucuk machen. Denn die Art und Weise von diesem Sucuk-Toast, dass alles so perfekt ist und du hast überall Sucuk, ist schon geil, muss man zugeben. Habe ich noch nie gesehen, so platt drücken. Also egal wie viel Lebensmittelvergiftung hier im Raum steht, man hat Bock drauf. Oh, ja, Baby! Ja, Baby! Das ist sehr schwer. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Ich glaube, wir müssen aus dem Schmerz nicht glauben. Das ist so schwer. Ich bin jetzt hier in der Kanzler im Lies. Ich bin hier in Lies. Wir sind hier in der Kanzler. Wir sind hier in der Kanzler. Ich bin hier in der Kanzler. Ich bin sehr warm. Ich bin hier im Lies. Er hat gerade wieder seine Hände gewaschen, ist sehr hygienisch. Sieht gut aus, geht. Ich habe ein bisschen abdömen bekommen, sage ich dir ehrlich. Sah roh besser aus und dann wurde das Ding, konnte ich mir richtig vorstellen, dass da wenig, richtig wenig Geschmack ist von Sucuk. Du Tereya kullanamıyorsun. Müşterilerin herhalde, ağır geliyo, değil mi? Toast için sana ya da ha uygun. Değil mi? Ben de artık müdahale etmeyeyim. Normalde evinde pek kullanmam Margarin yağını. Aber Toast da tabii karıştır. 5 Jahre wartet der eine Kunde gerade. Bruder, er wollte nur ein Toast. Bruder, in diesem Toast fehlt auf jeden Fall zu 100% Salja. Tereya'dan sie ya da sana ya da ha uygun. Şöyle, şimdi, soğanı katalım hari. Şöyle... Aber so einen Toast habe ich echt selber noch nie gegessen. Mit dieser Mischung kann das sehr nice schmecken. Wallah. Habe ich richtig Bock drauf. Aha. Er sagt der Püff-Nokta, der Püff-Punkt. Genau, auf Deutsch übersetzt der Pää-Effekt. Der Pää-Effekt bei dem ist sein Spezial-Limited-Edition-Limonenwasser. Zitronenwasser. Alva. 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 Ah, dieses Geräusch. Aha, Salz noch. Aha, er sagt, diesen Toast außer uns macht niemand. So. Ich fliege jetzt 3600 Kilometer dafür diese Toast. Jetzt Hähnchen-Toast. Ich fliege jetzt noch nicht. Ich fliege jetzt noch nicht. Oder ihr könnt alles essen auf der Welt. Aber passt bitte bei Hähnchen auf. Sogar in Deutschland passt bei Hähnchen auf. Ekmeklerini biraz bayat mı kullanırsın? Nasıl yaparsın? Yok, bayat değil ama ekmek... Ich fliege jetzt. Also ver ich habe bauchschmerzen bekommen gerade einer schreibt pio wie vorher wusstest du dass ich vergiftet bin die es ist Avera, nicht mit Gabel. Einfach mit Handschuhen. Zieh doch Handschuhe an und mach was du willst. Fass das Ding so an, mach so, mach so, mach was du willst, Bruder, zieh doch einfach deine Handschuhe an. Nimm 50 Cent mehr, nur weil du Handschuhe anziehst. Also, ich habe die Ketschaplar, Mayonaise, so viele Ürünler nicht gesehen. Stark, Kalas. Eskilerden kalma, Geleneksel birşey sürdürüyorsun, inşallah böyle devam eder. Müşterimiz isteyi de bu zaten, adam bana geldiği zaman bana sos kullanmadı, istemiyorum. Ben soksuz istiyorum, eski ursul. Artık kısım derinde. Evet. Şöyle bir bakalım, az daha basın abi. İçinde bir buhar çıksın şöyle tabu. Nerede bakına geldi sucuğu böyle inceltmek? Sucuk, biz bunu ustamdan gördüm, ustam bu şekilde yapıyordu. Evet. Biz de ustamızdan, der adamı şeyle devam ettiriyoruz. Evet. Gelenek. Şöyle abi, şimdik. Asılmış. Buharı tutuyor. Evet. Buharı tutuyor yavrumdan. Şöyle. Şöyle. Buharı tutuyor yavrumdan. Hımm. Koy bu zamanı. Bak. Eşkimizle aklına biçine. Limon sosumuzdan. Evet. Evet. transparent tüketet. Sesi katı. Fıştah kabartan görünümlü. Şöyle. Tuzumuzı açarsın. Hı tavır. Fakırımız. Hazır abi. Çok güzel. Bu da 9 liraydı. Evet abi. 9 liraydı. 9 liraydı. 9 liraydı. 9 liraydı. Pişinde ama bizden daha fazlautuyoruz. Kollarını sağdık? Bunu podcastsuz. Kötüche bakalım şimdi. Sadece sucuk kaşar. Er ist einfach in der Küche. Çalgam da ne kadar yandın? Çalgam da 1 lira. 9 liraya tostu, 1 liraya da çalgamı ye. 10 liraya karnını doyur. İlk defa soğan salatalı bir tost yiyorum. Çok güzel olmuş, bu arada yakışmış. Tost da bu şekilde yedik aslında. Limon tozu da güzel lezzet katmış ama sucuğun... Sucuk on numara. Bunu en güzel yapan, birinci sistemin en lezzetin, ikincisi sucuk. Sucuğun da güzel. Valla. İlk defa soğan salatası var ya şimdi az içine limonu çıkalım. Ne? Doktorlar diyor limonu bol kullanın diyor bu arada. Çünkü bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, güçlendiriyor. Hastalaklar bizi koruyor. Şimdi bu türkese İlk defa soğan salatı. Ja, benutzt Bolt, Zitrone, das hilft gegen alles, sagen wir mal, oder er hat unser Ende gebracht, ja. Er hat unser Ende gebracht.